hallo ja mein guckleut, Reckhattel Conor mit unserem Rostikkanal und mal wieder zu einem kleinen FNAF-FAN-GAMO, ich bin jetzt mit dem Demo von Five Nights and Sits, Sits, vor allem ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne dass hier alles nicht machbar und zu realisieren wäre, vielen vielen Dank Freunde für eure enorme Hilfe, I love you, viel Dank hier, cool, new game, Sits Pizza Place hiring once again, Pizza Place, Andrea Rivera, Mona, Monday, Hoa la ticcapacca, ticcapac, Ticcapacca, 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 Das ist legal, really? aint? Nice! Aber so ist cool gemacht! Ich bin sicher sicherlich aware by now, dass... Time to clock out. What? Please to post one coin. Please enter. Press enter to play. What? Nice! Minigame! I love minigames. Really? Come on. Can't be late. For your own part. Wow! Continue. Ich glaube, es ist eine Demo. Sollte es sein. Immer wenn ich auf Steuerung drücke. Was? Bis in der unten. End of Demo. I love my friend. I love my friend. What do you mean? You are scared? What is that? Immer wenn ich auf Steuerung drücke. End of Demo. Come back in the full version. Ich hab's doch gewusst, es ist ne Demo. Moment. I started again. Ich möchte mal sehen, wenn ich jetzt keine, ich drück jetzt mal keine Steuerung. I don't press Control. New Game. Sehr lustig. Ich möchte auch mal eine Nacht regulär spielen. Weil sonst bringt es mir ja nichts, ne. Wenn ich jetzt nur die Minigames mach. Also es ist schon ein kleiner Fell. Wenn man Control drückt, also Steuerung. Und dann hier. Ich bin glücklich, dass du es geplant hast, sonst wäre ich derjenige, der in der Tür sitzt. Ja, der Place ist ziemlich empty. All we really have was sind die Ballon set up for the last few parties this week. Ich bin sicher, dass du sicher bist, dass die Building wird in etwa eine Woche geschlossen. Anyway, ich will nicht zu viel mehr Zeit, so ich will einfach direkt zu es. Der Monitor an der Desk uses ein Touchscreen, so just tap die Screen und bringe auf die Security System. Ich muss mir sicher, dass ihr Finger nicht mehr, wie, Dirt oder Wasser auf dem. Ich glaube, ich kann nicht mehr von deinem Finger wenn es nicht mehr auf dem. Ja, ich bin sicher, dass das. Die zwei Dörren hier, von der Left und Right, eigentlich waren nicht immer da. Wir hatten die in der Stahl vielleicht ein Jahr oder so als eine Safety Precaution. Ja, die Mascotten kind of wandern inside die Office. Really spookt die Lassie Security Guard, wenn ich ehrlich bin. Oh ja, das. Die Worte die Charaktere auf dem das ist, dass sie nicht wirklich be- die at night und you know, für so many hours too. Es ist honestly just cheaper to leave them on at night. Those Charakters weigh a ton to be able to walk around like they do and the last thing we need is for you to be getting crushed to death. Yeah, that's that's a real risk. What else? What else? Oh, the company doesn't really want to spend any more than it needs to, so your power supply is being heavily limited, yada yada. Use those lights on the doors to check the hallways, shut the doors to keep the animatronics out, watch the power levels, yeah, that's pretty much it. It's not rocket science, I'm sure someone like you could figure it out. Oh, blah, 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 I... I can't do this and get my laptop chat or fucking or something. He Ngocot COLORF now. Now. I... I... just make your home office here. Somebody says the road Da steht einer. Da steht einer. Da steht einer. Einer fehlt in der Mitte. Also cool, dass man hier wenigstens... Da steht aber einer. Die Hand ist cool. Nicht hier ein Pfeil oder so, sondern man hat eine Hand. Hier fehlt einer. Aber hey... Really? Office Hall. Ja, aber normalerweise... Das ist ja eine Left Side. Left Hall. Aber hier gibt es nirgends eine Left oder eine Right. Habe ich hier auch Licht? Nein. Da steht einer. Hier. Ja, ich sehe Augen. Blue Eyes. Ich glaube, da kommt einer auf der rechten Seite. Hello. Bright Side. Wir haben ja schon 3 Uhr. Aber ich möchte zumindest mal eine Nacht regulär durchspielen. Ohne, dass ich hier... Also, sobald... Sobald man Steuerung drückt, ist die Nacht vorbei. Das ist so crazy. Das ist so... Das sollte er, glaube ich, auch ändern. Tröt, tröt. Wie so ne alte Fahrrad. Hupe. Rusty die Fahrradhube. Rusty die Fahrradhube. Rusty und die Mini-Games. Ja, Baby. The one is coming. Aber er kommt ja nicht. Hier steht auch einer. Er steht ja... Er steht ja immer noch da. Oh, er kommt auf der linken Seite. Where are you, my friend? Oh, Leute. Ich muss dich unbedingt heute rasieren. Du schaust. Es jucket. Es jucket und mucket. Was hab ich getan? Im Frühtau zu bergen. Habt ihr gesehen? Im Frühtau zu bergen. Wir ziehen voller Haar. Falari. Falala. I got it. I got it, Baby. Ich werde nur eine Nacht spielen. Und dann... Haben wir ja gesehen, was Sache ist. Ist ein cooles Spiel. Leider zu dunkel. Sehr simpel. Aber ich finde viele coole Features, die sie sonst als ich sehe. Oder extrem coole Mini-Games. Ist halt alles so dunkel, ne? Ist so dort. Aber ich... Kannste nicht meckern hier. Time to clock out. Ja. Oh, böse Mensch. Ich bin ja nur schlechter wie vorhin hier. Ja. Was regelt denn davon? Jetzt haben wir schon mal E-Mail mal 400 Punkte. Und dann mit diesem alten Joystick. Äh, I love it. Ist so nice. Ja, Freunde. Das war... Mal... Wir haben jetzt eigentlich die zwei Nächte, die man hier spielen kann, durchgespielt. Oder drei. Oder zwei. Irgendwo. Von Five Nights Ends. Sitz der Demo. Mir hat es Spaß gemacht. Ihr habt es ja... Ihr habt meine Reaktion gesehen. Und ja. Nice. Hehe. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen. Wir würden uns freuen... Oh, ich glaub, meine Stimme versagt. Wir würden uns freuen, wenn wir da einschalten. Hört auf unserem... Äh, äh. Auf unserem Rosting-Kanal. Bitte bewerdet auch das Video. Schreibt was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Oh, falls ihr noch gerne habt. Einmal nur aufs Glück zu drücken. Present Button. To subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Habt Spaß. Passt auf euch auf. Übertreibt es nicht. Und... Bleibt's wieder alle. Gesund und munter. Wir sagen Tschö bitte. Euer Sam Teddy. The Minion. Der Rest der Rasselbande. Und du losst dir natürlich. Der Uldemann. Thank you and goodbye. Good night. Bye bye. Macht's gut. Bleibt's bitte gesund. Ciao.